ja Jure was geht ab der Polnumstadt herzlich willkommen Let's Play hier die die haben der Liebsten frühjetzt muss ich kurz überlegen welchen her den Generator platziert. Wir haben hier angefangen die Bude zu bauen. Genau. Ich erinnere mich. Da war sogar noch der Epic dabei. Genau. Da war ja was. Ja. Wir wollten. Also ich wollte zumindest alles rein machen und drinnen weitermachen. Denn hat mehr Sinn glaube ich drinnen weiterzumachen in unserem Hauks anstatt hier draußen, wo Mobs kommen können und uns kicken können. So, erstmal. Erstmal. Platzieren wir hier unser Beet. Hier, guck mal. Zack. Bam. So, mach mal hier Ofen. Hier Ofen. Ach, ich hatte drei Öfen. Okay. Läuft, bam. Genau. Eine Workbench. Wir müssen auch hier einen Mieneingang runterbauen. Das ist noch ganz wichtig. Habe ich zufällig eine Axt? Nein, habe ich nicht. Das ist... Ah, doch habe ich hier. So, einmal. Ups, das ist nicht so gut. Mach mal so. Mach mal so. Drüber laufen. Wollen wir... Habe ich da draus geworben? Jetzt muss ich natürlich hoffen, dass ich die Kiste erwische. Da ist sie. So. So. Nehmen wir die Kiste in die Hand. Platzieren sie erstmal mal hier. So. So. Erstmal schön. Warm, war, warm. Scheiß drauf. Alles rein. So, 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 so. Zack, zack. Was ist das eigentlich? Clay. Okay. Ich wollte schon sagen, diese Textur, das passt irgendwie nicht zu dem, was ich so gedacht hatte. So. Schon haben wir diese Aufgabe erledigt. Na, so. So. Ähm, ich muss da, glaube ich, noch ein bisschen was dran ändern an dieser Strategie mit den Druckplatten. Ach, guck mal, ich hatte sogar schon eine Axt. Ich hatte zwei Echse. Läuft. Hätte ich... Habe ich voll vergessen. Ich habe zwei Echse gehabt. Krass. Krasser Scheiß, alter. So, gib her, gib her. Wir müssen noch Kisten craften. Dim, 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 dim. Ähm. Bam, 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 bam. Bam. Die Kisten sind ja erstmal nur provisorisch dauernd überhaupt das ganze Zeug zu lagern, das ich mir hier an Messier. An Messier gibt's gar nicht, aber egal. So, 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 so. Und so. 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 So, 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 ups, so, ups, 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 so, so, so. So, so, jetzt habe ich's. Ich habe's. Ich habe's fertig. Ich habe's geschafft. Ja, ich habe's geschafft. Ich bin stolz auf mich. So, so, verbessert. Finde ich. Denn, wenn man diese Tür öffnet, trifft man auf jeden Fall auf irgendeine Druckplatte. Und dann geht die Tür auf jeden Fall zu. Passt. So. Als nächstes. Natürlich wäre es voll praktisch, so endlich weiter mit dem technischen Fortschritt zu gehen. Würde ich mal gucken nach, äh, fuh, 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 ein Iron Furnace oder ein Electronics Furnace. Electronics wäre natürlich jetzt tausendmal besser. Brauchen wir auch. Und dazu brauchen wir, okay, fünf Eisen. Eisen, okay, es heißt Eisenfarm auf jeden Fall. Redstone, ja, Eisen und Redstone. Copper Cable sollte ja kein Problem momentan sein, glaube ich mal zumindestens. Äh, hier haben wir noch Eisen. Da haben wir auch noch Eisen. Oi, wir haben sogar noch eine Menge Eisen, krass. Okay, hätte ich jetzt nicht so viel möglich können. Redstone haben wir auch schon. Okay. Was ist denn hier los? Läuft bei uns. Ich dachte, ich muss jetzt so dies, das, bam, äh, dies und jenes und das, bam. Aber nein. Wir haben alles da. Alles, was das Herz begehrt. Und noch viel mehr. Iron Furnace. So. Übrigens, äh, Obwohl ich müsste mir erst ein Meserator machen, aber so viel Eisen habe ich gar nicht übrig, glaube ich zumindestens, zu glauben. Ein Eisen muss sich sowieso schmelzen. Mach ich gleich. Mit einem Kohle sind es ja acht, ach scheiße, es ist ja, oh ja, acht Eisen. Ja Gott, ich, baue ich sowieso, ne. Also ich komme da nicht dran vorbei, das Eisen noch einmal zu schmelzen. Und dazu unsere Chance zu verringern, zu verringern, ein Maserator zu machen. Ähm, was brauche ich jetzt, äh, als nächstes, äh, sorry, so weit ist. Ähm, ein Electronic Circuit, dafür brauchen wir halt ein Refined Iron und das haben wir hier. Und, äh, ja, war gerade irgendwie ein Problem ernannt, äh, genannt, dass wir uns kein Electronic Circuit machen können. Das, 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 das ist mir neu. Also, ne, ne. Äh, Redstone, glaube ich. Yeah, Electronic Furnace. Mega geil. Direkt dran geballert. So. Gib mir, gib mir, wir brauchen lockerst nochmal ein Electronic Circuit. Ähm, oh, ne, so weit ist es, ähm, Maserator brauchen wir. Wir brauchen den, nicht den, den Maserator, ja. Uh, ein Maschi, oh, shit. Okay. Ähm, Maserator. Okay, da kann ich eigentlich, es war, ganz ehrlich, das machen wir ja gleich wieder fett. Äh, gib mir hier so, ne, dann gebe ich dir noch ein Kohle, ja. Und dann machst du mir hier wunderschön. Wunderbar. Machst du mir hier schön. Ich meine, mir ist alles klar, ja. So, okay. Äh, hier haben wir noch Stick. Oh, Robber haben wir ja schon. Okay. Äh, ja, Kopper haben wir auch ein bisschen was. Jetzt, warte, wie macht man das nochmal? Ich glaube, das war so. Und dann so. Ja, richtig. Okay. Dann, dann, dann. So, so, so. Ganz locker, easy. Konnt, wie? Gewusst, wie? Meine ich natürlich. So, dann machen wir ja noch den teuren Block. Den Maschinenblock. So, Hammer. Du brätst hier weiter. Und ich. Äh, jetzt ist man pennen. Es ist Nacht. Könnte ich auch einmal hier gucken. Fällt mir natürlich nicht ein. Also, natürlich, mir nicht, ne. So. So, so, so. Jetzt brauche ich, ähm. Was war das denn? Ach, genau. Ich muss Kies abbauen. Habe ich zufällig Kies hier? Habe ich Kies hier? Ja, drei Gravel. Ja, super. Drei Gravel. Gravel. Yeah. Geil. Gut, das heißt, äh, wir suchen Gravel. Dass ich das einmal sagen würde, hätte ich nie gedacht. Ja, komm, wir suchen Gravel. Schnauze, da ist sogar schon etwas. So. Gebt mir Yeah ein. Boah, ey, wie gering ist denn bitte die Chance, dass man sowas abkriegt, ey. Das ist einmal mega krass. Die Chance ist ja echt gering. Ich habe gerade mal einen einzigen. Huh. Irgendwie ist die Chance hier geringer an Flint zu kommen, als, glaube ich, im normalen Minecraft. Wenn ich mir mal so überlege, was ich da an Flint bekomme, das ist ja schon nicht mehr feierlich, ne. nicht schon fast sagen. Guck mal, wenn wir schon hier sind, nehmen wir das auch nicht mit. Ne. Dadurch können wir uns natürlich auch Spitzhacken machen, genauso wie Schwerter. Äh, oder irgendwelche anderen Werkzeuge. Auf jeden Fall suchen wir jetzt Kies. Ein Kies, ein Kies, ein Kies, ein Kies. Ist auch ein Kies? Nein. Schade, hier ist noch kein Kies. Oh, da oben ist Kies, habe ich gerade gesehen. Gib mir Kies, gib mir Kies. Dass ich das niemals sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht, ey. Äh, ich mag es nicht so sehr mit Kies zu bauen. Und es ist zwar witzig, da man sich schön so eine Wege formen kann und so, aber irgendwie mag ich halt einfach Kies nicht so sehr. Also ich bin kein Kies-Freund. Ich würde lieber Kies in den Tash. Oh Mann, war das schlecht. Äh, ist nicht dein Ernst, Alter? Ist nicht dein scheiß Ernst. Ich finde einfach kein Kies. Das kann doch nicht sein, ey. Boah, ja, das Öl, Öl braucht keine Sau. Ich würde mich eher über Kies freuen. Da ist da Kies. Da ist Kies. Oh mein Gott, da ist wirklich Kies rum. Hab ich ein Auge. Und das bei so einem Textur, naja. Wo du Kies eigentlich gar nicht erkennst. Also sehr schwer. Sieht als Weg wahrscheinlich wirklich mega geil aus, muss ich sagen. Diese Kies-Textur kann man sich geben. So, ganz easy. Ups, ganz, uh, uh, ganz easy. Da oben war das. Fuck off. Fuck off. Scheiße. Fuck off. So. Einen brauche ich noch. Da ist er ja schon. Wirklich. Ich will mir überlegen, was ich mir für ein Risiko hier eingehe, zu sterben, ja. nur um einen Flint zu bekommen, nur um einen Flint zu bekommen, der beim ersten Mal direkt vom Abbauen gegeben wird. Äh, ja, ja, ist das schon ziemlich krass. Äh, wir müssen auf jeden Fall bald mal in die Höhle eine Miene bauen. Also bei uns im Haus eine Miene bauen. Und, äh, ja, dann, äh, würde ich sagen, ergeben wir demnächst mal farmen, denn wir brauchen natürlich eine Menge Eisen, ne. Und wenn ich schon hier bin, Alter, ganz ehrlich, gib mir her. So. Ganz easy. Simpel. Platzieren wir mal hier ein bisschen mal. Wir planten jetzt mal ein bisschen Bambus. Ja, hier habe ich das, was halt nicht so gemacht, soll ja auch ein bisschen realistisch aussehen. Ein bisschen. So. Guck mal, da haben wir jetzt schon mal vier Plus gemacht. Vier Stück Plus. Äh, ja, da können wir das hinpacken. Gable brauchen wir nicht. Gravel, sorry. Sorry. Fame-Huren. So. Oh. Danke sehr. Vielen Dank. Für die Blumen. Mace Raider. Double Trouble. Oh ja. Und gib ihm. Wie viel Cola haben wir noch? Genug. Perfekt. Hier packen wir jetzt das Iron Ore rein. Das wird jetzt verdoppelt, jedes Eisenerz. Das heißt, wir kriegen aus einem Eisenerz zwei Iron Dust und wenn wir, dann haben wir auch theoretisch gleich auch zwei Eisenbarren. Das heißt, aus 8 kriegen wir 16 Eisenbahnen zurück. Läuft, würde ich sagen. Äh, ich würde mal sagen, als nächstes so ein Extractor war. Extractor bräuchte ich mal. Ähm, Extractor. Der Extractor bewirkt, also, ähm, man kriegt Sticky Resin, da habe ich es ja, wenn man es im Ofen schmelzt, was man schon in der vorherigen Folge gesehen hatte, also, da freuen wir uns in den Folgen, ähm, bekommt man einen Rubber raus. Das ist natürlich wenig Ausbeute, ne, würde ich mal so sagen.